UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Wie sehe ich aus? Wie ein Filmstar! Ich habe Deutschland immer gut und treu gedient. Sie wissen, warum wir hier sind. Wir sind hier, um Dienst am deutschen Soldaten und damit am Pappelmann zu messen. Der Krieg wird schon ein Mann auf sie machen. Auf den Endzieher! Jawoll! Wir führen einen Krieg! Das ist doch kein Krieg! Doch, ein neuer! Wir sollten uns von der Welt verabschieden, wie wir sie können. Ich hoffe, wir haben noch rauszumaschen. Das sind keine Deutschen mehr. Nicht für Sie! Ist nicht wertvoll, dass Zuge vollfahrenlos und immer zurückkommen lernen. Wenn ich berühmt bin, werde ich schon dafür sorgen, dass dir nichts passiert. Spätestens Weihnachten ist der Krieg vorbei, hast du gesagt. Wie hältst du das nur aus? Nichts ist so, wie wir gedacht haben, Greta. Glaub mir, der Krieg wird nur das Schlechteste in uns zum Vorschein bringen. Es hat doch keinen Sinn! Es gibt keinen Sinn! Gott hat uns verlassen! Wir waren unsterblich. Wir sollten es bald besser wissen. Ist da dein Foto noch? Ja! 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 All. Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020